Hallo, willkommen bei TQ Aviation. Mein Name ist Steve Heimbürge und ich bin zuständig für den Bereich Service am KRT2 und KTX. Heute erkläre ich euch am KRT2 die Squelch-Einstellung bzw. die Besonderheiten der Rauchssperrenunterdrückung. Wie ihr hier am Gerät seht, ist die Rauchssperre deaktiviert. Das seht ihr oben links an der Anzeige RX und ihr würdet, wenn ihr jetzt einen Lautsprecher angeschlossen habt oder das Headset auf habt, einrauschen hören. Bei der Rauchssperre gibt es verschiedene Stufen. Eins ist deaktiviert, zwei ist für eine sehr kleine Empfindlichkeit, wo ihr eine hohe Reichweite habt. Wenn ihr im Motorflugzeug seid, habt ihr im Hintergrund Störungen und somit habt ihr die Möglichkeit, die Stufen wahlweise nach oben zu stellen, bis ihr im Hintergrund keine Störung mehr habt. Ich zeige euch das kurz hier am Beispiel, indem ihr ins Audio-Menü kommt und nun habt ihr die Möglichkeit, mit dem Drehschalter die Squelch auf unempfindlicher weiter nach oben zu drehen. Wie ihr seht, hat jetzt der Empfänger auch zugemacht, die RX-Anzeige verschwindet und ich habe die Möglichkeit, bis zur Einstellung 10 hochzuregeln. 10 bedeutet nicht, ihr hört gar nichts, sondern ein starkes Signal würde trotzdem noch durchkommen, also ihr verpasst keine Mitteilung des Towers. Weitere Einstellungen und Futures der TQ Avionic-Produkte könnt ihr in den entsprechenden Videos sehen.